Yo, da sind wir. Willkommen zurück. So, heute ist wieder Wario dann? Okay. Wahrscheinlich weil es um Geld geht und Wario der Repräsentant von Geld ist. Zumindest von diesen Charakteren, der am unkriegsten auf Geld ist. Außer vielleicht Mario und Luigi selbst in New Super Marvelous 2, aber das ist eher die Ausnahme gewesen. So, okay. Ja, nicht so viel. Ein Ramm in die anderen. Boah, ihr stört mich. Geh weg. Ein echter Bingo-Moment. Okay, wir sind jetzt bei 18. Da liegt ja auch nochmal was. Also für Runde 1 sieht das schon sehr gut aus. Leider kein Atem gekriegt. Okay, das ist wieder ein Kampf der Schwergewichte hier. Wenn ich euch irgendwie loswerden kann, das wäre echt super. Oh, schade. Da lag noch eine dicke Stange. Dann hier noch. Eine zumindest. Da noch. Da noch. Und hier ein bisschen. Okay, 37. Damit gehen wir ins Ziel. Ah, da lag ja auch noch. Oh, das wusste ich gar nicht. Naja, okay. Nicht schlimm. 37 ist super. Wenn wir mal davon ausgehen, dass wir durchschnittlich 25 sammeln müssen, ist 37 echt eine Menge. Weil jetzt dürfen wir uns auf einer anderen Strecke erlauben, 12 weniger als 25 zu sammeln, theoretisch. Wenn man es mal so rechnet und betrachtet. Okay. Geisterstrecke. Da stelle ich mir schon ein bisschen herausfordernderer vor, was wir hier machen müssen. Warte, lacht sich einer ab. Ich fahre mal. Ah, ja super. Okay, nein, nein, nein. Ich wollte das Geld eh nicht haben. Das ist böses Geld. Das wollte ich nicht. Hier wollte ich auch nur eine Münze haben. Ich bin sehr bescheiden, müsst ihr wissen. Scheiße. Okay, super, dass du in das Nix geschossen hast, weil es hat mich gerade ein bisschen gestört schon. Okay, nicht schlimm. Die anderen hole ich noch. Okay, wenn das so ist, dann fahren wir zumindest einmal hier lang und sammeln die hier größtenteils zumindest ein. Ich meine, jetzt liegt da noch eine. Sollen wir? Naja, zwei liegen da noch. Doch, dafür fahre ich extra mal den Weg. Kleines Geschenk. Er hat mich trotzdem erwischt, weil ich gerade in dieser Sekunde in der Luft war. Wie gemein ist das denn? Warte, ich habe Yoshi gerade einen Stern abgezogen. Wie krass ist das denn gerade? So, fangen wir hier noch lang. Sammeln ein bisschen was. Yoshi war auf Platz 1, hatte einen roten Panzer hinter sich am Schleifen. Und zusätzlich auch noch... Ich fahre mal hier lang. Oh ja, okay. Kein Item. Zusätzlich auch noch den Stern. Hier Mr. Bowser. Nicht Mr. Bowser, Mr. Donkey Kong aber. Anscheinend. So wie es aussah. Okay. Puh. Okay, wir haben 32. Immer noch gut. Aber, wow. Fiese Sachen, die sich hier zutragen. Gehen wir jetzt cheese-Land. Gucken, was uns hier erwartet. Komm schon. Verwäg dich. Ja. Oh. Hier liegt viel. Yoshi ist weg. Ich bin dick ausgerutscht. Oh, das hätte nicht passieren dürfen. Das hätte nicht passieren dürfen. Ich bin dick ausgerutscht, weil ich wahrscheinlich... Was? Warum rutsche ich die ganze Zeit? Keine Ahnung. Ich darf keine Kurven ziehen. Ja, gut. Schwimmen wir jetzt ohne Kurven weiter. Scheiße. Okay. Boah. Jetzt habe ich auch noch Geld hier verpasst. Okay. Ich muss euch alle einholen. Okay. Jetzt wird es echt hart hier. Also, wenn ich drifte, darf ich. Aber wenn ich nicht gerade den Drift dabei mache, so wie hier, dann wird das irgendwie nix. Oh. Fuck. Nochmal Geld verpasst. Da liegt... Oh, nein! Oh. Du klaust mir jetzt nicht auch noch Geld. Okay. Wir sind Platz 5. Wir haben unterdurchschnittlich Money. Sieht sehr scheiße gerade aus. Also, dass ich da runtergeflogen bin, war so ein Pech. Okay. Aber jetzt sieht es doch wieder wunderbar aus. Okay. Ich frage mich echt, wie ich es noch schaffen konnte, auf Platz 1 zu landen. Und auch noch genug Geld gesammelt habe am Ende. Ich weiß echt nicht. Irgendwie hat das noch funktioniert. Wow. Ja. Also, das sind echt die gefährlichsten Sachen, weil man von so einer Schanze runterfällt. Und zack, ist man plötzlich auf Platz 8. Das geht schneller, als man denkt. So, ich weiß nicht, wie viele Münzen ich jetzt habe. Auf jeden Fall brauche ich weitaus weniger als 25 hier. Das heißt, eigentlich können wir uns entspannen. Aber ich werde trotzdem mein Bestes geben. Dennoch miterwischt. Sehr schön. So, hier liegt Geld. Da lag eigentlich noch mehr Geld. Ich glaube, hier lag kein Geld, oder? Irgendwo? Nee. Oh. Oh. Da wollte es auch mal jemand wissen. Weg damit. Da. Hm. Schade. Da leider auch noch mal was verpasst. Wow. Ich komme ja vollkommen... Oh. Von der Strecke hier ab. Alles cool. Und so, den behalte ich schön. Ich hatte gerade so den Drang, den nach hinten zu schmeißen, weil es so gerade eine gerade Ebene war. Aber ich kenne das. Ich schmeiße ihn weg und sofort kommt ein... Ein roter Panzer. Und jetzt werde ich hier beraubt. Meines Geldes. Aber ich hole wieder einigermaßen auf. Okay, so. Wir haben jetzt 28. Mehr können wir hier nicht mehr erreichen. Donkey Kong kommt uns gefährlich nah. Weg mit dir. Gut. Hat funktioniert. Bisschen widerbildlich, aber es hat funktioniert. Jetzt im Bezug auf alle vier Strecken, die wir hier heute erleben durften. Haben sogar immer schön auf Platz 1 hochgekämpft und die Münzen gesammelt. Also, was will man mehr? Das ist doch mal ein löbliches Ergebnis. Boom. So. Jawohl. So. A-Rang. Okay. Kann ich mit leben. Und die Extra-Tracks. Yes. Sehr schön. Okay, dann war es das für heute. Ganz schön was los, ne? Okay. Drei von denen haben wir noch vor uns. Also, beim nächsten Mal geht es dann weiter mit dem Blitz Cup. Und, ja. Ich hoffe, ihr schaltet ein. Bis dahin. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.